Stell dir einen runden Kuchen vor, einen Reifen, einen Teller. Warum haben diese Dinge, also jeder Kreis, genau 360 Grad? Warum nicht 100 oder 500? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir vorher ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Denn die Einteilung eines Kreises in 360 Grad hat nichts mit der Form eines Kuchens oder anderer Dinge zu tun, sondern mit einer alten Zivilisation, den Babyloniern. Die Babylonier waren wahre Mathematiker ihrer Zeit. Sie liebten Zahlen und entwickelten ein ganz besonderes Zahlensystem, das auf der Zahl 60 basierte. Dieses sogenannte sexagesimale System war so praktisch, weil 60 durch sehr viele Zahlen teilbar ist. Mehr dazu gleich. Auf jeden Fall erleichterte das Berechnungen ungemein, weil man mit ganzen Zahlen rechnen konnte und seltener mit Dezimalzahlen. Und genau dieses Zahlensystem hat die Babylonier dazu inspiriert, den Kreis in 360 Teile zu teilen. Denn auch 360 ist durch viele Zahlen teilbar, was Berechnungen mit Kreisen wesentlich einfacher machte. Stell dir vor, du willst einen Kreis in sechs gleiche Teile teilen. Mit 360 ist das ein Kinderspiel. Jeder Teil ist dann 60 Grad groß. Aber warum hat sich diese Einteilung bis heute gehalten? Nun, Tradition ist ein mächtiges Ding. Die Babylonier haben ihre Erkenntnisse an die Griechen weitergegeben und die Griechen wiederum an die Römer. So verbreitete sich das sexagesimale System und mit ihm die Einteilung des Kreises im 360 Grad. Und obwohl es auch andere Möglichkeiten gibt, Winkel zu messen, hat sich diese Einteilung einfach durchgesetzt. Sie ist so tief in unserem Wissen verankert, dass es fast unmöglich wäre, sie jetzt noch zu ändern. Aber warum nicht 100 Grad? 100 ist zwar auch eine runde Zahl und durch viele Zahlen teilbar, nämlich 9 Stück, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 und 100 selbst. Aber eben nicht durch so viele wie 360. Denn hier sind es 24 Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 und 360 selbst. Und genau das war für die Babylonier ein entscheidender Faktor. Nehmen wir nochmal das Beispiel 100. Möchten wir einen Kreis in sechs Teile zahlen, gäbe das bei 100 nämlich 16,66. Das ist sehr unpraktisch im Vergleich zu 360 durch 6. Denn mit 60 kann man viel besser weiterrechnen. Also, um die Frage zu beantworten, ein Kreis hat 360 Grad, weil die Babylonier vor tausenden von Jahren ein Zahlensystem entwickelt haben, das auf der Zahl 60 basierte. Und weil 360 durch so viele Zahlen teilbar ist, war es die perfekte Wahl, um einen Kreis zu unterteilen. Somit ist die Antwort eigentlich ganz einfach, weil es so praktisch war. Das war's. Bis bald. Ciao, ciao.